hallo liebe mittel hallo liebe mitreisende wollte ich sagen mitreisende ja okay so wird man abgestuft ganz im gegenteil gut wie auch immer was ich kurz pizzen wollte die hat heute geburtstag das musst du nicht erwähnen doch heute geburtstag ja und den haben wir ein klein bisschen gefeiert wir beide ganz alleine so mitten in dänemark aber trotzdem schön so ist es ja was wollten wir sagen wir wollten sagen dass wir immer noch begeistert sind das ist die absolut richtige entscheidung war die wir getroffen haben wir sind so happy sind direkt wieder auf dem nächsten stellplatz haben jetzt den zweiten tag hier verbracht weil wir an marias geburtstag nicht durch die gegend fahren wollten haben wir gleich zwei tage gebucht und der hafen den wir jetzt hier haben ich habe das auch angemacht wird immer das ist sonst kann ich mir das otterup lüste badehaven aber toll wirklich toll wenn überhaupt ist irgendwie hier einen klitzekleinen nachteil gibt aber auch nur dann wenn man das eben gerne haben möchte hier ist rundherum echt nix also ist bauernschaften bauernhäuschen viel viel landschaft und wunderbarer hafen und viel besser ja genau aber mehr braucht man eben auch nicht wir finden es toll aber wenn einer eben sagt auch mensch ich wäre aber gerne noch mal jetzt spazieren gegangen und durch zwei drei geschäfte jetzt das könnt ihr hier vergessen ihr findet maximal noch irgendwo entstand mit tomaten an der haustür oder bei äpfel oder honig aber dann hat sich es auch schon ja aber wenn ich das trotzdem interessiert ist natürlich auch weiterhin hier auf der halbinsel weil wir ja gesagt haben wir fahren ja die küste jetzt gerade so einmal rum und nehmen jeden hafen mit der uns gut gefällt und das ist eben einer davon dann würden wir euch den jetzt zeigen wollen und macht wirklich spaß kommt einfach mit das zeige ich euch mal wie wir stehen im hintergrund habt der schon gesehen unser kuschelkasten der gute mobil wetter und hier sind eigentlich ausgezeichnet sechs stellplätze aber wenn man sich kollegial aneinander stellt passen die mehr hin strom ist satt und reichlich da also für viele mehr ihr seht da drüben ist eigentlich gar nicht ausgewiesen auch da ist platz und wir haben schon bilder gesehen auf denen selbst die wiesen dann da hinten noch belagert werden also der hafenmeister ist hier super nett und wenn noter mann ist dann schiebt und arrangiert ja schon noch ein bisschen was das ist kein thema und da würde ich sagen gehen wir jetzt erst mal ein stück nach vorne eben anfang des hafens da ist eigentlich auch ganz netter blick mir auch noch gefallen schöner dicker jamaa außenbohr da hinten dran schöne sitzgelegenheit kann man unten drin mit sicherheit auch immer übernachten das nächste projekt schatzi ja muss schon was mit brumm brumm sein also segeln wäre nicht meine welt schaut mal da über die ecke ist das nicht schön da hinten dieses idyllisch gelegene häuschen die bötchen hier tja ich liebe es lassen wir uns mal überraschen wir haben unsere subs zwar auch im kofferraum aber bis jetzt haben wir sie noch nicht rausgeholt kriegen wir gleich mit ihr seht jedenfalls hier ist die hafenausfahrt freundliche hinweis dass man seine schwimmweste umtun soll ja da draußen beginnt dann auch schon der bojenwald ich glaube wir kommen der sache näher die scheinen also da direkt bis zur spitze zu marschieren über die steine warum die sich da auch immer so rum quälen eigentlich hätte man doch hier auch wunderbar andersrum ums hafenbecken gehen können hier zu wasser lassen aber gut jeder wie er mag auf jeden fall schlafen die dann gut heute abend aber es ist auch nicht zu verachten also diese steine ich habe das mal vor etlichen jahren erlebt da sind wir auch angeln gewesen mein vater mein schwager und ich und dann auch so ein so ein wellenbrecher hier sozusagen aber mit viel viel größeren steinen und viel länger natürlich auch an einer anderen stelle und mein vater ist bis ganz nach vorne und dann auch mal abgerutscht und mit der nase nach vorne zwischen die steine gott sei dank nicht zu hart aufgeschlagen das hat alles geklappt aber schulter ausgekugelt und so in den steinen hängen geblieben dass immer wieder das wasser hochschwappte und das atmen dann eher schwierig wurde gott sei dank waren wir dabei ich habe es gesehen direkt hingeflitzt und rausgezogen ja gut schulter hat natürlich lange ärger gemacht aber wenn du bei sowas alleine unterwegs bist dann kommt es aber richtig in verdrückung also sollte man nicht auf die leichte schulter nehmen manchmal kommt es wirklich dümmer im leben als man so denkt so da das wollten wir gesehen haben ruckzuck sind die beiden drauf und ab dafür schwimmwesten haben sie um cool und ja gut der wind rückt natürlich auch ganz schön da vorne sobald du da so um diese langzunge rum bist kriegst du natürlich dann direkt was von hinten aber ich glaube das sind dänische kinder und die sind mit wasser groß geworden ich glaube die wissen was sie tun so jetzt haben wir das auch gesehen jetzt gehen wir mal rum ums hafenbecken auf die andere seite und dann zeigen wir euch mal eben den rest vom hafen und vor allen dingen die sozialräume und was es sonst noch so gibt und ja einfach unauffällig folgen mal so ganz beiläufig wo wir gerade am kuschel vorbei laufen also die versprochene rumtour die lässt jetzt wirklich nicht mehr lange auf sich warten es ist jetzt eigentlich alles verbaut und wir kriegen jetzt noch nächste woche oder übernächste woche grob kriegen wir jetzt noch unsere luftfederung rein und dann sind wir wirklich fertig und dann kommt die versprochene rumtour könnt ihr euch wirklich darauf verlassen und dann werden wir euch auch haarklein erzählen wie es mit zuladung mit gewicht aussieht die ersten erfahrungen die wir gemacht haben all das werdet ihr dann haarklein serviert bekommen so und da marschieren wir dann auch schon auf das oder eins der hafengebäude zu ihr seht das schon mal verwalten die mülleimer hier wird also wirklich alles sortiert glas pappe restmüll alles mögliche ja der arme gartenzwerg muss hart arbeiten der muss das ganze wohnmobil hochhalten ja auch wasserschlauch und all das aber wir gucken es uns gleich vor ort an angekommen jetzt machen wir erstmal ein blick nach links das ist dann also die andere landzunge vom hafen da hinten stehen zwei pavillons da kann man direkt am wasser wunderbar picknicken und grillen wird hier rege genutzt auch von den einheimischen hier aus der näheren umgebung und da bänke wo man sich auch zwischendurch hinsetzen kann wirklich toll das ist so dieses typische was so dieses schillige hier so in dänemark total unkompliziert einfach ganz ganz toll so aber wir kommen zurück zur entwässerung oder was heißt zur entwässerung allgemein zur entsorgung sagen wir es mal so also ihr seht hier wird also wirklich nach plastik nach metall nach glas und so weiter papier restmüll sortiert da könnt ihr euch hier mieterlütze entsorgen auch alles picobello vorbereitet hier toll gemacht kann sich mit sicher niemand beklagen frischwasser ist vorhanden und da sogar die möglichkeit sich grillkohle anzuzünden also ja sowas überlassen wir einem einfach hier und das kommt hier komischerweise auch nicht weg und wird auch nicht rumgeschmissen oder in den nächsten busch gepfeffert oder kaputt getreten oder ach ich mache es mir gar nicht vorstellen was leider gottes bei uns dem einen oder anderen noch mit solchen sachen einfällt wenn in der gegend rumstehen hier spannenderweise nicht ja hier ist die zugfahrt ich gehe mal mit euch so ein bisschen in den schatten ich glaube die sonne sonst nicht so hilfreich beim filmen hier so zwei kleine häuschen dann fährst du hier mal 100 meter dann kommen noch zwei häuschen und ja aber vielmehr ist hier eben nicht diese idylle diese ruhe ist eigentlich toll aber wenn einer was anderes erwartet dann guckt er hier sparsam aus der wäsche so 6 6 plätze und eine toilette und wenn die dann noch da durchgehend in ordnung gehalten wird kann man nicht sagen und behinderten toilette ist ja auch noch da muss man ja auch sagen also ein klitzekleiner hafen und aber immer alles hier auch für schwerbehinderte eingerichtet also auch das super ja würde sagen wenn es dir recht ist dann macht doch mal hier so eine kleine klo führung wie macht doch ja ich folge dir unauffällig das ist zum beispiel auch was wir hier richtig klasse finden und da werden muss gleich auch noch verewigen das heißt wenn ihr vorbeikommt mal durchblättern wenn noch nicht so viele geschrieben und das buch ausgetauscht wurde dann sollten wir da drin sein so hier herrentoilette schöne bank spülstein urinal dusche mit der möglichkeit seine sachen abzustellen vernünftige gummi flitsche um es in ordnung zu halten und halt eine normale toilette mit dem freundlichen hinweis an chemiklo hier nicht zu entleeren ja drüben analog das gleiche nochmal für damen halt urinal da brauchen wir jetzt nicht groß reingucken dann haben wir das auch schon ein bisschen information in allererster linie aber dann für die segler hier vor ort so und da kommt dann aufenthaltsraum auch den kann man mit nutzen wenn man das möchte also wenn man jetzt hier mal so richtig sauwetter hätte und einem dann doch irgendwann das wohnmobil zu eng wird dann könnte man sich also hier auch für ein kartenspiel oder sowas treffen auch toll ansonsten kann man an der stelle noch sagen bezahlt wird hier bei den hafenmeister ganz netter mensch immer irgendwo am rumwuseln und was am erledigen der kommt dann zwischendurch kassiert dann ab wir haben hier bezahlt für zwei tage 40 euro da ist alles drin strom bis der arzt kommt wasser müllentsorgung also hier kassiert keiner mehr irgendwas extra da kann man wirklich nicht weckern ja ich denke mal den hafen habt ihr gesehen hoffe er hat euch auch gefallen uns hat er sehr gut gefallen also bei uns kriegt auch der auf jeden fall ein dickes kreuzchen auf der karte für unsere nächsten dänemarktouren werden wir den im auge behalten das ist gar keine frage ansonsten bleibt uns nur zu sagen an der stelle wie üblich gehabt euch wohl glück auf wir sehen uns